Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer. Kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben. Zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer. Er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Ich habe ein wenig nachgeforscht und denke, wir könnten eine eigene Raffinerie bauen. Es wird allerdings große Anstrengungen erfordern und ich kann es nicht allein machen. Wir müssen einen Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern bauen. Der Rumpf des im Fluss gesunkenen Schiffes wäre dafür vermutlich geeignet. Irgendwelche Freiwilligen für eine Bergungsmission? Wir brauchen ein System, um das Rohöl zu sammeln. Wer will die Leitung der Eimerbrigade übernehmen? Sobald die Anlage steht, müssten wir Diesel, Kerosin und Benzin herstellen können. Die Menge sollte auf jeden Fall für die Flugzeuge ausreichen und irgendwann vielleicht sogar Profit abwerfen. Das scheint Abbeys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorf. Brauchst du irgendwas? Wir könnten handeln. Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chel und Chuck-Chel. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara, äh... Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht find ich noch mehr. Klingt gut. Ich zwinge mich. Leben und Tod. Jonah, ich hab den Tempel gefunden. Toll. Verdammt. Trinity ist schon da. Und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche, ihnen zu folgen. Ich versuche, ihn zu vrenden. Nee. Oder? Wie? Ich versuche, ihnen zu fressen. Dreckend. Durch dich raus. Schuss. Vielleicht ist das Ding. Lang unter den linken Mal. Verst du dir? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Herausforderungen in Aussicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Selbstmord, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020